Rotwein Hallo! In diesem Video möchte ich Euch erklären wie man mit Rotwein abnehmen kann. Wer gerne mal ein Gläschen Rotwein trinkt hat zukünftig noch mehr positive Eigenschaften als man bisher glaubte. Dies haben zumindest kanadische Forscher der University of Alberta festgestellt. Denn Rotwein senkt nicht nur den Blutzuckerspiegel, sondern hat noch den weiteren positiven Effekt, dass man sich durch Trinken eines Glases Rotwein eine Stunde Fitnessstudio ersparen kann. Oder anders gesagt durch das Trinken eines Glases Rotwein ersetzt man eine Stunde im Fitnessstudio. Eigentlich denkt man ja immer, dass Alkohol viele Kalorien hat und die Fettverbrennung dadurch gehemmt wird. Doch Wissenschaftler haben nun wie gesagt festgestellt, dass Rotwein auch ein Ersatz für körperliche Betätigungen sein kann. Dies liegt an den sogenannten Resferatrol-Verbindungen, die im Rotwein nachgewiesen worden sind. Diese Verbindungen stärken und verbessern die körperliche Verfassung, sowie die Funktionen der Muskelstärke und auch des Herzens. Es wird ein richtiger Schutzmechanismus in den Zellen aktiviert. Genau die gleichen Symptome, wie sie beim Sport auftreten. In der Washington State University wurde in einer Studie erwiesen, dass dieses Resferatrol, das im Rotwein enthalten ist, sogar beim Abnehmen hilft. Denn das sich im Körper befindliche Fettgewebe wird daher offenbar umgewandelt, sodass es leichter abgebaut werden kann. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet und ob ihr dies gerne mal ausprobieren möchtet. Wer es schon probiert hat, kann mir gerne mal seine Erfolge mitteilen. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!